Hallo und herzlich willkommen YouTube hier auf unserem Kanal, weil Luis ein Möchtegern Junge ist, der immer so... Egal. Ja, 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 Luis. Du hast auch in diesem einen, wo du das eine Infovideo gemacht hast, hast du dich doch beschwemt, weil wir auf meinem Kanal... Ach ja, genau, 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 genau. Genau, stimmt. Ich bin so eine Extrawurst. Ich bin keine Extrawurst. Ich bin Mitglied auf diesem Kanal. Alles geht los. Yeah! Das Heimatunger Rework, der sieht doch so potz-hässlich aus, ihr könnt mir noch nichts erzählen. Guckt euch diesen laufenden Schnurmer mit Brille und Monokel. Wie sollt ihr denn Brille und Monokel? Sag mal! Oh Gott! Dreckschampion ist das inzwischen. Also... Ich finde, der sieht hässlich aus. Guckt euch das da mal an! Früher konnte man jetzt ein schwammelndes Gehirn sehen. Aber nein! Wir sehen ein schwammelndes, hartes Gehirn! Oh, guck mal, wie er hüpft! Und die neue Lauf-Animation! Oh, Luis! Was macht der Top-Lay? Der spielt auch Top-Lay! Wir haben gar nichts mit! Ja! Ja! Oh, Mann! Ich hasse es gegen anderen Trash zu spielen! Okay, warte! Trash Hook! Warte! Jetzt könnt ihr euch auch erst mal vorstellen! Hallo! Ich bin Luis! Scheiße, Alter! Ja, ich bin der Janus! Janus! Er war doch auch schon mal ein paar Aufnahmen dabei! LOL! Nein, nein, nein! Nein! Er war noch nicht dabei, aber er hat nur mitgespielt und nicht mit geredet! Ach ja, genau! Da hälst ja noch kein Mikro! Ja! Alles sein zu gut! Du hast auf meinem FB steh.. Jetzt sind du in der détce! Wap! 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 Wap die FK! Was läuft? Stop step Flavor! Was ist das für ein Idiot? Okay, warte. Ich sag mal kurz, mir gegen Wo ist! Ich will Heimerlinger Top-Lay! Okay, ich spiel mit dem Yannis, ich als Jinx als ADC und er als Thresh als Supporter. Dann haben wir noch einen Elise im Jungle und einen KZX auf der Midlane. Caitlyn als ADC auf der Gegner, Thresh als Support, Wenger im Jungle. Leblongs Mitte und Rumble ist dann auf der Toplane. Bitte sag nie wieder Leblongs. Leblong, hab ich hier, oder? Danke. Jetzt geht's los, Blubberf! Ey, was will die, Alter? Ich tank das doch nicht für die. Ich tank das doch nicht! Ich tank das doch nicht! Ja, der ist der neue, der neue Tag! Der ADC! Wer will schon? Lass sie uns den senken! Das Biest! Ah, eine Caitlyn! Toplane fehlt? Der Rumble? SS, los, Rumble, SS! Ah, da ist er! Kommt mit seinem Flammenwerfer auf die Lane gelatscht. Ähm... Bam! Auto-Attack! Habt ihr gesehen? Nein, habt ihr nicht. Hammerdinger, never lose a lane! Minions! Pass auf, hier ist ein kleiner Trash. Hier! Ah! GG! Diese Hook! Crash Hook! Es war einfach... Crash Hook! Pull you from a fire! Oh, der ist in level 3! Haha, da ist er tot! Bye-bye! Ich lebe! Und... Ich komme! Fass es ab! Ich werde wieder kommen! I coming! You came, ne? Ich werde aber kommen! Oh! Ist doch nicht dein Ernst! Bitte guckt euch den Rumble auf der Toplane an! Ist das etwas Besonderes? I coming! Hab Geduld! Ich bin... Oalser! Legend! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Dad calls in a move. Nicht gegen dich, aber du bist schlecht. Du? Nein. Jinx! Jax! Echt? Jinx steht für Jinx? Boah! Nicht schon wieder! Oh, fuck the sense. Jinx steht für Jinx. Nicht so weise, oder? Oh, GG, dieser Lane. Sie sind mir so gut, so unglaublich. Los, fahr du einfach weiter, ich komm gleich wieder. Okay. Obwohl, nur ein Kaffee-Gruppes macht. Ne, ne, ich bleib jetzt schon. Mhm. Tau-Gruppieren, alle Nassern gegen die scheiß Minions. Ich hasse Caitlyn. Caitlyn ist so ein dreckiger Scheiß-Jahr. War nix, mein Main. So ein dreckiger Scheiß-Jahr ist mein Main. Nein. Doch. Nein. Doch. Digger, das, das, das ist nicht, das können wir nicht mehr aufrollen, alter. Dein, der Farmen-Unterschied. Oh, das ist krass. Das Gegner für Caitlyn hat 24 Farmen und Luca 10. Ohohohoho. Das gilt's. Wir schaffen das noch, also. Weil wir, wir sind Appetrees da. Ey, ey, ey. Komm. Ah, die hat da auch noch ne scheiß Falle drin. Da kommt der Trash-Flash. Und da bin ich tot. Oh Gott, Report Bot Lane. Genau. Die sind so scheiße. Oh Gott, ich muss echt mal wieder ein bisschen LOL zocken. Mit zu viel Smite? Ja, gar nicht im Moment. Ja, 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 ja. Ja, und es ist jetzt so unglaublich begeistert von dem, von dem Spiel Smite. Ähm. Was im Endeffekt dasselbe ist wie LOL, bloß mit, bloß dass alle Skillshots sind, inklusive Auto-Tags. Und, ähm. Oh Gott, ich treff meine scheiß Bombe nicht. Oder Granate, ich weiß gar nicht. Granate. Die wollen mit Landing Kill, das ist ja immer schon eine gute Tatsache. Ich mein, Botland feedet ja nur und, wenigstens mit... Okay. Ähm. Abfallen aktivieren. Genau, die Botte ist einfach so scheiße, wenn man es löst. Ja, ist tatsächlich so. Unglaublich. Geht ja gar nicht. Die geben alles fliegen, ne? Ja. Halt Noobs, ne? Ja. Oh du kleiner Wichser da. Wie viel Schaden macht meine Ulti denn? 600. Wie viel AP hat der? 400. Ich könnte ihn ja jetzt ja da scheiß drauf. Langsam hol ich's doch wieder auf. Echt? Warum hast du viel? 120. Ohohoho. Wie ich einfach jeden Last nicht treffe. Das sind halt die geheimen Skills. Ja, als dass du nur die Biester spielen sollst. Oh Gott. Was denn? Ah, meine Ulti war grad nicht so gut gesetzt. Schande, wenn ich Luis. Irgendwie mit 100 HP oder so gelackt. Oh, hallo Renga. Du's dann nicht, ich's dann nicht. Digga, was wollt ihr von mir? Sind alle geil auf dich, Yannis. Ich muss jetzt erst meinen ersten Healfort benutzen. Und Botlin war schon tot. Ja, Yannis, ist einfach schlecht. Ja, Yannis ist einfach nicht schlecht, weißt du? Immer diese schlechten Supporter. Oh, wie er sich hinterher flasht. Und du sagst, wir sind schlecht. Ey, ich wurde wenigstens gedankt. Ganz im Gegensatz zu euch hier, Kackboons. Ja, musst du Wards hinstellen. Hab ich, aber das ist ein Renga-Ulti-Gank. Mit Flash. Tja. Ist einfach schlecht. Wenn du verkackt hast, hast du verkackt? Ich weiß, was du bist, Luca. Deswegen brauchst du dich auch noch im Let's Play zu erwähnen. Ich bin schon Level 6 und Yannis ist noch Level 4. Los, Tau und schieße. Ich bin jetzt schon mindestens weiter als der Gegner, als der Gegner hier ADC. Vom Farmen her, oder? Ne, von den, ähm, von den, ich bin der, ich bin der, ich bin der, er ist dran, der Level 6 gekommen. Ich bin schon vorher in der Level 6 gewesen. Wie das denn? Von dem Gegner, an den Support, oder was? Nein, weil ich, weil ich die Farms für mich allein hatte. Die hat es bei der ganzen Zeit weg. Ja, ich werde die ganze Zeit rausgefokust, wie so ein... Ja, das ist irgendwie, die sind hier wirklich so, irgendwie... Die Supports werden gefokust. Kein Plan, wieso, aber... Komm, den killst du. Good job. Oh, diese Ulti, so unskilled. LOL! Lo... Yannis. Der ist so schön durchgeflogen, Alter. Ja, ja, ja. Immer diese verdammten Ausreden. Wusstest du, dass Crash schon wieder genervt wurde? Alter. Aber die Seelen-Stacks sind jetzt stärker, also... Ja, wow. Also, eine Seele bringt jetzt vier Stacks. Das gehört alles zum Plan, den wir gerade ausgedacht haben. Das gehört alles zum Plan, vielleicht mal auslattern. Dass Crash genervt wird. Nee, das hat Radicalist gesagt. Ach so. Du bist mir voll egal. Du bist mir voll egal. Du bist mir voll egal. Das sagt die. Ja. Sag mir, dass du jetzt mittlerweile auch einen... ...BF-Sword hast. Was, ich? Hat der. Und die Kate hat... ...ein BF-Sword. Oh Gott. Es ist so eine stumpfe Farm-Lane irgendwie. Ich steu doch froh. Ich farme aber nicht. Das machen die Zürme. Mit Nasus wär das cool, aber ansonsten ist das doch Müll. Oh, dieser Scheiß-Trasher, der geht mich schon die ganze Zeit auf die Nerven. Trashhawk. Pulled you from afar. Ich aktiviere mal schnell die Falle. Na komm, lass einfach fahren. 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 Wann du mal Ward hast, kannst du das mal stellen? Ich hab grad keine... Wo hin? Hier? Ja, mach einfach da hin. Oh, pretty bitch. Der Laserbeam von den Towerhauten ist so geil Also die Fähigkeiten von Heimerdinger sehen jetzt definitiv besser aus Aber Dann Oh Nice one Aaaaaaah schon wieder Schon wieder Dieses scheiß Trap alter Ist doch gut wenn du dich auslöst Besser als wenn der E-C's machen muss Ja ja trotzdem alter Die hat überall verteilt alter Ja die hatte direkt zwei hintereinander Das ist Schwachsinn Komm greif sie an Hast du Ult? Dann mach die gleich wenn der Fähigkeiten steht Hä? Diese Jungle Ult So jetzt würd ich's machen Rumble Ult immer Ja wo die wohl recallt Die wird wahrscheinlich hier recallen oder so Irgendwie da in der Richtung Na guck mal ob ich was treffe GG GG Dead Flash alter Oh fuck Ich hab den mal weg gelockt Ich komm schon weg also Jaja ich bin tot Loll der Renga Äh Trumble 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 Ich weiß nicht wie ich auf Trumble komme Egal ähm Rumble fehlt Aber mittlerweile läuft's doch wieder Ich mein ich stehe 2 0 2 aber Ich stehe 2 1 Ich stehe 2 1 Ich stehe 1 0 Ich stehe 2 1 0 Ich stehe 2 1 0 Ohhhh Ich geh am besten wenn du so low bist Einfach back Was baut der Rumble? Magical resist Na Ja was soll er denn sonst bauen gegen dich? Rüstung Ich bauch Rüstung Du kennst ja auch gegen einen Adeler Du kennst ja auch gegen einen Adeler Du kennst ja auch gegen einen Adeler Ich kämpf gegen Rumble das ist ein Adeler Ja genau Elise Alleine Sollen wir die beiden töten Natürlich Ade Elise Rumble Bist du behindert? Die neuen Fähigkeiten sehen aber ganz cool aus Naja Er hat's immerhin geschaffen Tower von mir zu trocken Nein nein Ich weiß nicht warum die Elise nochmal zurückgekommen ist Ist die gestorben? Die hat sich von meiner Laterne nochmal in den Fight gezogen und ist dann gestorben Das ist natürlich very sinful Das ist natürlich very sinful Da ist ein Rengar Ja also Leblor war grad top lane Ohhhh Fuck Egal Ja Gut Job Ehh Wenn wir das noch den Tower machen Dann anfangen dann geh ich weg Dann hol ich mir den Gut das da Sollen wir versuchen noch die Cajuns zu bekommen Hmmmm Die ist halt allein deswegen nicht Na jetzt ist sie nicht mehr allein Komm lass uns weggehen Komm lass uns weggehen Wir wollen noch ein Sondern Kannst du noch da bleiben? Weil der Tower so low ist Sonst machen die noch schnell LOL Ich komme Ja Ja Er hat gesagt kommen Tut mir leid Ich muss back Ja 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 Ich verstehe nicht warum Na ja Oh Da steht ein Tower range Alter Alter Die alle kills abstaubt Alter Und dann auch noch stirbt Oder sie flasht Jetzt weißt du wer die richtige ist Die richtige ist Die richtige ist hier Und sie ist weg Ich hab seine Leblanc Ah ich muss back ne Die würde ich glaube ich das selber auch raten Hat der nicht auch selber Passive oder Hilfsgeneration Kannst du auch gehen? Kannst du machen? Ach jetzt lange läuft es doch Du hast dich aber nur noch nicht eingeholt vom Farm Fast aber Also jetzt hat sie noch 6 Farms von mir Ja eben war sie haben wir 30 Farms vorne Oder 20 Ich weiß es nicht Das Problem in Caitlin ist du brauchst keine Kälte Du brauchst nur ein bisschen Farmen Wenn du ein bisschen Farmen hast als der Gegner Dann hast du gefahren Ah Caitlin Was auch immer die hier gerade will Achso sorry Ich hab SS gesagt vor mir Oh das war ein Blinder Jopp 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 Komm zu dritt auf meine Lennstorbenkiller Ich bin weg Ja irgendwie Der Versuch drauf ist es ok Es ist ja nur ein Trash Ja wenn ich am Tower locker einfach Tower stunnen kann Ich hab mal durchscht und manche Pügel gemacht weil ich einfach alle da Dauer gestandte Van Tauern nein die kate ist aber nicht besonders gut kann das sein das war eine frage für mich war es eine feststellung weil die gerade hier zu dritt auf der lane ganken waren inklusive rengar ults und naja ich habe auf jeden fall noch einen kill dabei abgestaubt deswegen hast du überlebt naja achtung da kommt noch jemand guck mal bitte wie weit die top lane gepusht ist ok jetzt könnte es arg eng werden abgab die tipp herr 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 gut gut so ganz ehrlich ich glaube dass sie das zu rennen gefilter heimendinger ich stehe 3 3 Ich spiel 4, 2 und 3 Assists Kasich ist das gescheutene LeBlanc oder er lässt sich am Tower stunnen und silencen Ist das natürlich auch ne Möglichkeit? Juh, das Burst Damage Na, Dracken Komm schnell, lass mal gehen Warte, ich mach mal noch die Farms hier Nee Läuft das so inzwischen wieder auf der Borderline? Ja, ne? Ja, ja Okay Wieso werden die so schnell? Ja, das meine ich... Ähm Elise Elise? Stun Okay, der Flash war gut Lass die Elise sterben Oh, der Grab Es ist Top-Lane, Rumble ist... Ein Mysterium Nein, Elise Tut mir leid, dass ich den von ihr weggegrabbt habe, ja? Ich mach das... Ich mach das... Okay, okay, ich mach das nicht mehr Ist okay Tut mir leid Kleine Pitsch, bitte Die rett sich... Ja! Ich wollte grad sagen Rumble? Ja, pick mich die ganze Zeit weg Ach, K6, okay Und ne Jinx So... Diese Ultis von denen immer... Ich check... Ich check sie einfach nicht Du aber ernsthaft mal wieder richtig farmen Ach, wie die aufgeholt hat... Aber richtig Äh, ich mein wie die... Wie die überholt hat So... Kayten ist schon wieder hier Na gut, dann farmt sie nicht Und dann wird sie im Endgame abkacken Das Endgame wird wahrscheinlich gar nicht mehr erreicht Ah, Trash ist auch hier Und Le Blanc hier Grab meinen Tower Bist du behindert? Und Scheiße, der hat meine Tower gegrabt Oh Gott, okay Jetzt wird's übel Solltest du mal den Tower pushen? Wenn die da oben oben... Oh nein Wieso das ganze Scheiße Team dich angegriffen hat? Gigi Ich hätte... Ich hätte mich nicht verdrücken sollen Ich hätte eigentlich grad Ulti Tower Dann... Also ich wollte eigentlich grad den Ulti Tower setzen Dann Sony ist aktiv Dann hätte ich Renga noch tot bekommen Egal, ihr könnt Botlane jetzt pushen und farmen Von daher war das Wolf, denke ich Aaaaah Schon wieder ne Falle Egal, da ich TP dabei hab Werd ich die Lange ganz schnell wieder de-pushen Die kommen, Botlane Die kommen, Botlane Äh, ihr könnt ne Ward place Dann kann ich mich zu euch TP'n Da sind doch überall Wards Ah, ich seh's grad Soll ich? Warte mal, wir locken die mal Der hat seinen Ult verbraucht! Komm, geh drauf LOL Ach du Scheiße Alter Ach du Heilige Hörte sie? Los Luis, war ein Penzer Bin dabei, bin dabei Ganz ruhig Luca Los Elise, mach was Wie die Tower den T Э violen Wie die Tower den TÜN Ist lead Wie die Tıyorlar den TÜN lich Naja, scheiß auf, ich rauf mir aber dann. Ich bin mal ganz kurz aufgeregt. Alter, wie plötzlich alle vor uns standen. Du hast trotzdem noch einen Kill gekriegt. Ich bin auch 5 zu 4. Hängt die immer auf einer anderen Lane rum. So, da bin ich wieder. Das ist ein Bumble. Bumble fehlt. Ich habe mehr Farben als Caitlyn. Bumble und Caitlyn sind da. Die sind beide schlecht. Ich weiß, Eigelob stinkt, aber die sind beide grottig. Nein, das hat dich getroffen. Verstärkt. Der Flammenwerfer, Alter. Der macht eigentlich nicht so den Schaden. Ist der... Ja, okay. Lol, der rusht Rabatron. Ist der behindert? Ja. Alter. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er auf Höllenzapter geht, weil er sich auch den Negratronenmantel geholt hat. Aber... Ähm... Naja... Ich pushe einfach die Toplane weiter. Ich meine, hindern können die mich sowieso nicht ohne zu sterben. Oder zu tönen. Lol, lol, lol! Komm, 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 komm! Ach du Scheiße! Alter! Ähm, TP ist noch nicht ready, deswegen kann ich grad nicht helfen, ne? Ich lebe! Wie hab ich das gemacht? Ähm... Trash? Safe? Trash lebt? Also, Janis, lebst du? Ja. Wie macht ihr das da unten, Alter? Also, Rumble ist irgendwie ein Freakill. Würde er nicht... Schon das ganze... Das zieht halt das ganze Spiel über schon hinterm Tower. Jetzt kommt hier wieder so eine OP-Ulti, womit er anscheinend nur meine Tower töten möchte. Die jetzt wieder da sind. Vor allem, wir haben das überlebt! Und diese... Alter, die kommen nur 5-fach-Gang und dann failen die auch noch so hart. Die sind einfach nicht so gut, Janis. Das ist einfach gut für uns. Scheiße. Ah, ja, genau. Sind eigentlich alle viel besser als wir. So machen wir heute zwei Gangs. Schlecht? Ähm, ne, man... Man verliert den Gang. Das sind nur meins Gangs. Der Rengarten-Statix! War doch nicht. Wahrscheinlich kommen wir trotzdem Adi runter. Wahrscheinlich kommen wir trotzdem Adi runter. Stimmt. No! Ja! GG! Warte, wenn die dich... Das ist lustig, ich hab auch noch gefehlt. Ich hab den Jump von der aufgehalten! Ja, ähm... Boah, was hast du die geschafft? Luca drückt nicht auf, äh, Kont... Also, nicht auf fortsetzen. Achso, das unter Sieg. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Ich hab das seit Ewig auch kalten auf Englisch stehen. Weiter heißt es. Achso. Ähm, naja. Ich würde sagen, tön, ne? Ja. Tön. Ja, tön. Ja, das hast du auch noch was zu sagen. Ähm... Globfish. Blobfish. Okay. Blobfish. Leute, wir haben einen geilen Blobfish gefunden. Wollt ihr den auch mal sehen? Soll ich mal... Soll ich mal unten in die Beschreibung... Tu den Ensemble rein. Ja, okay, mach ich. Ich mach nochmal ans Amp. Oh Scheiße. Oh Gott, oh Gott, ach du Scheiße, wlobfisch als Sandmehl, ok mach ich, scheiße man, ok Leute dann sehen wir uns bei der Handball heute, ciao, tschöne, oh wlobfisch als Sandmehl, ah ja, übrigens, in der nächsten Folge sollen wir einen Arab aufnehmen.